Entdecke jetzt die neuesten Make-up-Looks und Fashion-Trends für Top-Models. Präsentiert von Boris Entrup und der Maybelline Yade Make-up School. Heute Veronika und der Sporty Style 2013. Mit einem natürlichen Make-up, das alles mitmacht und zudem blitzschnell fertig ist. Ob beim harten Boxtraining oder beim lockeren Joggen in L.A., dieser Look hält den ganzen Tag. Schließlich wird man als Model dabei auch fotografiert. Für einen ebenmäßigen Törn, der Hitze und Schweiß widersteht, ist das neue Superstay 24 Stunden Puder perfekt. Er sorgt für ein makelloses Finish und ist zudem noch wasserfest. Der Beweis? Superstay 24 Stunden Puder weist Flüssigkeit ab. Herkömmliche Puder dagegen saugen Wasser auf und werden fleckig. So wasserfest wie das Puder ist auch der neue Volume Express Rocket Mascara. Dabei super unkompliziert und schnell aufzutragen. Und weil beim Sport etwas Farbe nicht fehlen darf, nimmt Boris den Superstay 24 Stunden Lippenstift in Pink. Der macht wirklich alles mit. Zum Schluss habe ich noch den Superstay Nagellack für dich. Und der sieht auch noch nach dem Boxtraining aus wie frisch aus dem Nagelstudio. Mit dem Superstay Powder hast du ja schon deinen Härtetest gemacht. Und das kannst auch du. Dreh ein Video von deinem Härtetest und gewinne 1 von 111 Produktsets. Weitere Infos auf Maybelline.de